hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge von let's play let's play live auf es haben wir natürlich ja die letzten folgen waren ja bisschen verwirrt und ich komme dass es jetzt besser wurde dazu will gucken man ja was ich dann auch noch mal kurz gucken muss er will ist ob ich eigentlich noch den schein habe ich sage mal ganz interessant ob ich dieses beiden noch ich habe gar keine ahnung wo die scheine sind auch das doch scheiße er muss in den letzten scheine ja da habe ich jetzt also den ecker beschein ja also ich habe nichts dagegen ich sag's mal so gut dann werde jetzt mal gucken was die letzte folge gestern und zwar habe ich mir die folgen gerade gerendert und deswegen ist die einige jetzt ein bisschen später rauskommen die lehrtkart hoch sehen dass wir ein bisschen schlecht sein genau naja 45 geht eigentlich klar ja weil ich habe jeden in der zeit verständlich dachte es wäre ungefähr 17 20 wo es dann 18 5 war ja dann habe ich das schnell gemacht und jetzt braucht man neue folgen weil ich habe dann nur noch eine auf lager und ich bin eigentlich eher der typ der lieber mehr ganz 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 viel erfolgt nach schluss drauf ganz 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 dass wir folgen auf lager hat weil ja es kommt einfach mal bei mir vor damit ich mir so denkt ich kann doch nicht aufnehmen ich will nicht aufnehmen mich nehmen wir nicht auf und deswegen bin ich mal wo ich noch was auf lager ab weil damit damit eben auch euren content bekommt was ja inzwischen wirklich alle leute gucken wir haben sich viel gefällt wo haben wir uns zu viel gefällt hier ja weil deutsch ist das beste also da gab es schon besseres und baus vor sich jetzt nicht mehr gibt es letztes von chains change so ein change so ist kein hause teilen okay das heißt ich bin dann nicht mehr eingemietet das ist komisch ich weiß noch nicht was in dieser woche machen will wie immer und hier ich liebe diese tastenkombination ja so wir werden jetzt mal irgendwas machen ja irgendwas weil irgendwas ist immer gut ich muss ja gucken weil jetzt die kontakt bekommen damit das klar geht damit ich mal ein bisschen zu australien farmen bin level und geld und ja dann werde ich das dann auch wahrscheinlich nicht bald machen mal ich denke heute nachts bisschen da kann ich leider nicht aufnehmen oder schläft ehrlich sage ich euch die zeit wo ich meine meiste ruhe habe kann ich nie aufnehmen also das ist echt unglaublich so dann fahr ich hier einfach mal planlos weiter rum ich habe nämlich überhaupt keine idee was ich gerade mache was ihr mir mal in die kommentare schreiben könntet wäre wie euch eigentlich die neuen folgen titel gefallen weil ja ich versuche zur zeit meinen kanal zu optimieren sag ich mal so gut wie möglich zu machen und naja laut internet sollen diese titel besser bei den zuschauern ankommen weil man einfach gleich den folgen titel zieht und sich da denkt krass ich will hier gucken genau deswegen habe ich das gemacht aber ich muss sagen mir gefällt eigentlich ganz gut ich dachte immer so dass immer nur alles so bestimmt von langweilig der deal ist doch scheiße ja aber wenn man es aber selber macht ist das das ist unglaublich was ich hier für leute auf der straße und ja wenn dann nicht so mehr dann lustig sage ich nicht der lege bin der auf der im auto sitzt oder auf der straße und da ist alles gut ja ich weiß immer noch nicht wo ich rum war übrigens was hast du überhaupt ist komisch aus ja ich weiß auch gott gar nicht was ich mir auf lg angucken könnte welches 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 jetzt also weiß ja eigentlich wie viele respektpunkt ist in das hier genau 2 von 8 das heißt ich habe gleich 3 von 8 und ich habe vergessen stoffe zu starten das gibt es nicht die aus dem muss ich die folgen größe wieder kleines bisschen verringern weil mir dauert sonst so lang weil das dauert mit der folgen länge echt lang und das ist ziemlich nervig ja ich denke ich werde folgen so 15 minuten machen ich sag mal zwischen 13 und 17 minuten sollte jetzt jede folge werden und ich hoffe mal das haut hin ja waffen verboten ist klar ich habe gar keine ahnung wer die geräusche kommen das ist aber auch nur nur beim vorwärtsfahren im auto ich werde rückwärtsfahren so er war eine runde welt voll von mega 169 ja das hat sich gar nicht geil an das war auch der letzte der ich jetzt früh auch angeschrieben hat so 3 8 5 9 1 ja klar so ja jetzt haben wir was das in der folge machen und unser paintball auf jeden fall so ja klar dann fahren wir kurz zu paintball jetzt fängt das schon wieder an also ganz ehrlich ich weiß ich nicht woher das kommt ich habe auch kein programm irgendwie offen das durch die geräusche machen und ich höre die auch gerade zum ersten mal ähm ich möchte mal kurz hier wo ist es denn ähm 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 billig autos was ist das denn das ist ist es gekommen wenn ich jetzt aufhör upsala wenn wenn ich aufhör zu fahren ich verstehe das nicht warum alle weichwärterung kurz vor ach nee da ist er schon gut ich will kurz den motor schaden wenn er bei hast du mir so nicht kannst du noch 10.000 sagen finde ich richtig fröhung so gut jetzt ist das auch weg er war dann mal kurz wie viel gekostet weil vielleicht muss ich auch noch geld abheben wie viel kostet das gut ab geht's so paintballanlage enterraste nein 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 ich glaube dass er es äh hier nein erst ab nee jetzt kann ich jetzt aufhören er level 3 ach kack das gibt es doch nicht ja jetzt habe ich mich hier schon vorher gedacht ja jetzt habe ich so ein bisschen was für den partier er kann ich jetzt ein bisschen action machen so ein bisschen paintball bam bam und nee jetzt ist aber da ja so kotzen kann ich noch so vielleicht ja noch eine andere idee was man machen könnte das fände ich ziemlich präger warte äh sonst noch eine idee zwei von nacht drei von nacht und schon in der bar ne ok dann ab in die bar ja wenn das nicht geht dann saugen wir uns halt so ähm wo ist der wo ist denn der ne wo ist hm der ne ist der htm so ob der irgendwo hat er ist in der nähe kennt oder ob man wieder ewig fahren muss zum nächsten ich denke mal statt alles der nächste der sehr bekannt ist ja ich habe zu wenig geld auf der hand so und wir haben 400 geld bekommen und ein hat von 200 dollar aber dann nicht geil ist ja ich wusste nichts machen und bekommen geld der ja 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 so automats die gelb abheben beim ping 1 4 und 1500 abheben und hier mit einem schnellen auto ich habe einen konto stand von 46 507 also das geht ziemlich runter da muss ich jetzt mich echt mal mal dran noch ein bisschen damit das ganze wieder hoch geht gut aber wie es dann weitergeht wie das da drin ist das hielt in der nächsten folge auch für euch gefallen bis dann und tschüss